Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SpeedBeef. Wir gönnen uns heute mal Poleriders, das gibt es jetzt in dem Super Bundle für PS4. Wie hieß das? Super Friends. Sports Friends. Und das ist eine basiert, bzw. das ist die erste Version. Wir spielen erst die lame Version. Wir spielen die lameste, lame Version, die aber trotzdem super cool ist. Okay, soll ich dich umhauen? Ja. Okay, go. Play. Du sollst nicht mich wegschieben, du sollst den Ball wegschieben, Mann. Nein. Wie, was ist das denn? Okay, Ball weg mit dir. Nein. Ey, das steuert sich richtig scheiße. Das steuert sich super. Das steuert sich super. Du bist einfach nur unfähig. Kann man springen? Ne, ne? Doch, du musst da unten. Wie so ein Pole hat funktioniert. Du kannst es aber nicht. Du hast wohl noch nie sowas gemacht in deinem Leben. Also, ich spiel Best of Three, ne? Das war noch gleich gesagt. Best of Three spiel mir. Genau. Okay. Das ist eine Ewigkeit. Das ist so geil. Ich geh nicht weg. Ich geh nicht weg. Ich geh nicht weg. Ich komm auch nicht weg, wenn du mich da so reinranst. Ich komm nicht weg. Mein Pole. Das ist das lameste Spiel überhaupt. Geh weg. Nein. Ja. Geh weg. Nein. Oh Mann, ich weiß. Warte, warte, warte. So. Ja, komm. Ja, komm links rein. Das ist doch dumm. Wir kommen das doch nicht weg. Okay, wir lassen bei drei los. Zehn bis drei und fangen dann wieder an. Nein. Ne? Okay, machen wir weiter so. Du schummels auf jeden Fall. Ja, ich komm doch da so nicht raus. Das ist auch taktisch dumm für dich. Okay. So, weg mit dir, du ihr Sahel. Wir kommen gar nicht auseinander raus, oder? Wer bin ich denn überhaupt? Warte, Herr. Ach, scheiße. Jetzt raff ich's. Ich bin der. Muss ich nach... Warte. Ach, du musst in die Richtung? Ich weiß es nicht ganz. Ich muss in die Richtung. Wir haben... Nein. So. Jetzt muss ich nach links, oder was? Ne. Oh, scheiße. Ich bin nur nicht da. Ich dachte, ich wär schon da. Weg mit dir. Ich will die ganze Zeit in Ruhe. Was ist das? Scheiße. Gibt's irgendwie ein Zeitlimit, Ben? Ähm, nö. So, wenn wir nach drei Stunden immer noch nichts geschafft haben... Hör auf mich zu pieksen! Komm schon! Geh weg da! Okay. Oh, du versaust mir immer meinen Sprung! Mein Sprung? Du kannst nicht springen. Geh weg! Jetzt bin ich schon wieder hier. Geht nur bis eins. Ja, okay. Wir spielen nur bis eins. Nein, das ist doch scheiße bis eins. Wir spielen bis zehn. Nee, wir spielen bis eins, Mann, ey. Das dauert ja ewig, wenn wir jetzt von eins spielen. Das dauert echt ewig. Das ist voll... Ja, aber das ist doch kacke, wenn ihr jetzt aussehen bleibt. Wo dreh ich dich denn? Wir machen bis eins, ey. Okay. Komm! Lass mich doch mal vorbei! Das wird ewig dauern, ey. Das wird ewig dauern, ey. Ich halte gegen. Ich kann auch nicht in die andere Richtung, wenn du da bist. So, jetzt... Wo bin ich denn? Du blockierst mich die ganze Zeit. So, jetzt... Ja! Geh weg, du! Ja! Putz! Was war das denn? Oh, nochmal! Oh, du bist immer im Weg! Nee, 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 nee. Das ist so dumm, ey. Ich! Nein! Ja, nein! Das eins ist dumm, wir machen bis rein. Nein, das ist eins, Mann. Ich hab gewonnen! Ja, nein! Ja, nein, kann nix! Danke! Danke! Das war ein riesigen Spaß! Okay, ich meld dich! Paul Riders! Alvin gegen Ben! Genau! Richtige Richtung! Na! Du kommst dich vorbei! Na, na, ich bin so doof! Oh, 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 oh! Nein! Na, 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 na! Oh, da hast du aber schlechte Kahn jetzt, ja? Ja, ja, ja! Nein, nein! Geht das durch die Lanze durch eigentlich? Ich hoffe nicht! Mann! Du bist freutig! Vergiss es! Mit mehr Schwung! Ja, ja, ja! Wir müssen uns wieder drauf einigen, ey! Ja, wieso? Du als Angreifer musst dann halt zurück, oder so? Als Vitaliker! Ja, aber ey, das ist doch Putt-Situation, oder nicht? Ja, ich hab das bisschen hochgemacht, ey! Gut, aber... Dann kannst du ja gegenkicken, halt! Bam! Oh, oh, oh! Ja, fuck, ey! Wichtig! Na ja, jetzt ist doch wieder diese Putt-Situation! Ich mein, jetzt kann... Der, der zurückläuft, der verkackt dann! So, ich mein... Ungefähr, ja, ja, komm! Drei! Zwei! Eins! Ey! Ja! Wir sind verkeilt! Echt? Ja, guck mal! Okay! Wir sind verkeilt! Scheiße, ey! Wir können echt nichts mehr machen, ne? Nee, irgendwie nicht! Wir haben ein Wesen geschaffen mit vier Beinen und zwei Stangen! Scheiße, ey! Fuck! Naja, aber das ist... Ah! Wer bist du denn? Du bist Gabe, ne? Ja, ich bin der Hannes! Nein! Nein! Ja! Nein! Das ist... Scheiße! Fuck! Na! Oh, Mann! Sehr gut! Dann bleibt's... Ein Ben-Sieg! Ich mach ihm jetzt noch eine Krone auf! Okay! Ihr müsst auch noch machen! Okay! Und... Jetzt geht's! Denkst du? Ah, fuck! Ich hätte auch Dennis gewettet! Der Spielen ist gut! Der Spielen ist eins, weil's ewig gedauert hat! Der Spielen ist eins! Fick dich doch! Jetzt sind wir vorbei oder man? Was ist das, Sean? Ich sag das mal was! Der Spielen ist eins! Weil es ewig gedauert hat eben zum Beispiel! Und ich glaube wenn wir ein Tournee machen... Du bist Meiler, oder? Ja. Glückwunsch. Let's Fats. Gegen wen muss ich gespielen? Gleich gegen Dennis. Hier. Oh! Das ist so dumm. Also echt. Okay. Zurück. 1, 2, 3. Ja. Halt. Haben wir auch einen riesigen Schock. Das ist echt dumm in dieser Version. Wenn man so steht, das schockt auch nicht. Zurück. Ja, das ist doch nicht so. Ja. Das ist doch nicht so. Oh. Nein. Oh. Fuck you. Weg. 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 Mit dem. Nein. Nein. Come on. Oh, was? Oh. 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 Niemals. combinierer. Das ist jetzt schon wieder so dumm. Nein. Und wir hängen beide schon wieder fest. Nein. Nein, das war der Sieg. Nein. Ja. Aber Mut tut selten gut. Ey, die Sau! Oh Gott, komm doch hoch! Ich steh zum Block bereit, ey. Ja, aber wo? Ah, die kleine Sau. Ich bin noch dagegen! Und das bleibt dann alles. Okay! Muss ich klatschen? Nein! Und... Waffe! 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 Das ist so dumm! Wir hängen gerade fest. Cool! Das ist so dumm! Und du? Ja, irgendwie löst sich das dann irgendwann. Also guck mal, ich mach nichts. Kissen wir uns! Ja, guck mal. Jetzt, okay. Hehehehehehe! Hehehehehehe! Hehehehe! Kleines Preis geht auf jeden Fall in München. Oh, eine kleine Bazille! Hehehehe! Hehehehe! Oh, fuck! Ich seh diesen scheiß Ball auch überhaupt nicht, weil er immer so rot ist und vor diesen grünen Bäumen ist. Hehehehe! Ach, der kleine Sau! Oh, nochmal! Ah, was?! Hallo, das war doch... Das war nicht fair! Scheiße! Schatz! Nein! Auf der falschen Seite! Vielleicht mit dir! Hahaha! Wo bin ich? Ah, gut gemacht! Gut gemacht! In dein Maul rein! Tim hat gewonnen, oder was? Hat er gut gemacht! Alter, wer ist das denn da? Ja, schön! Okay, Dennis, lass uns gleich anschließen, weil dann brauchen wir nicht neu starten. Wieso? Hast du ein Fahrrad hier? Halbfinale! Halbfinale! Echt? So weisen wir schon? Jep! Okay! 23, 23 und bam! Bam! Piks, piks! Ich piks mit uns weg! Was? Du musst den Ball! Ich piks dir die Augen aus! Und dann? Ja, und dann siehst du nichts mehr! Ja, meine Burg kommt dann durch! So, jetzt bist du blind und jetzt... Nein, nicht die Gardinentechnik! Das ist wieder Pappsituation, ne? Okay, was macht man da? Ich... Da müssen wir ja auch aufstehen! Drei müssen wir quasi eigentlich uns einigen aufzusetzen. Okay, ich hol die Wunder voller Power dagegen! Pum! Pum! Okay, ey! Der Mann hat Skills, ey! Shit! Alter, der hat mich weggehauen, ey! Mit seiner Stange! Oh, ich komm nicht mal mehr hoch, ey! Scheiße! Nein, 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 nein! Oh Gott, ey! So! Okay! Und nun, was machen wir? Pum! Es wird nicht durch meine Stange durchgehen! Es wird nicht durch meine Stange durchgehen! Ich glaube, wir müssen versuchen, mich wegzukicken! Wie hab ich dich denn eben weggekickt? Ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast! Es wird Zauerei! Ich bin voll lahm, Alter! Ich muss ja was cooles machen! Lass mich durch! Nein! Jawohl! Nein, das war nicht so gut, ey! Du kommst nicht vorbei! Ah! Fuck you! Oh, Mann! Fick dich! Nein! Nein! Yes! Nein, nein! Oh, Fuck! Ich kicke nicht, verdammt, mit deinem Kopf kann ich ihn nicht aufbringen. Oh nein, oh geil, 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 jetzt aber. Das dauert ewig. Scheiße. Okay, alles klar, es wird zwar ein Marathon. Bei wem versagen zuerst die Kräfte? Ich hab heute nicht gefrühstückt. Ich hab gut gefrühstückt mit ihm. Verdammt, ein Punkt für dich. Yes! Ey! Zieh, zieh durch! Ihr seid immer noch dabei, oder was? Oh Mann, ey. Das ist ein Kräftemessen hier, ey. Ich drück dich weg. Oh, Sponsor, ein schönes Ding! Was bist du immer? Nein! Oh Mann! Geh weg, geh weg! Ja! Nein! Es ist entschieden. Das Finale steht fest. Verdammt! Es ist Tim gegen Ben. So, Finale. Jetzt geht's los, oder was? Ja. Jetzt kannst du knicken. Oh, das sieht noch eine frühe Entscheidung aus. Scheiße, ich glaub ich bin gleich im Arsch. Ah, fuck. Nicht wirklich. Oh, ich bin zu dumm. Oh, das war so knapp. Ja. Scheiße. Das Finale endet mit einem Eigentor, oder was? Na, was ist denn jetzt? Wieso kann ich nichts mehr machen? Ey, das ist doch Cheat, Alter. Ich kann doch auch nichts machen. Oh, doch kann ich. Das ist doch Cheat. Das ist doch Cheat. Das ist doch Cheat. Das ist doch Cheating. Das ist doch kein Finale. Ja, das ist doch lächerlich, Alter. Guck dir das doch mal an, was ich da mache. Aber ich kann auch nichts machen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Komm. Kiss dich, du. Das war doch kein Regulärer Finale. Das ist einfach nur ein Schieding.